Ich will zum Vorteil haben, oder was? Nö, ein Dings. Na, aber wir haben noch dafür schon... Ich hab Gold gefunden. Oh, das wäre schon wieder beinahe reingefallen, ey. Hättest du denn was verloren? Bisschen. Zwei Eisenspitzacken. Naja. Ich hätte ein bisschen mehr verloren. Okay, ich komm jetzt, glaube ich, nach oben mit den Diamanten und dem... What the fuck? Äh, warte, ich sammle einen, wo warst du? Nein, ich sammle schon selber einen, ich komm gleich. Okay. Alter. Ich frage mich, ob ich rausfinde. Ach, du warst ja gar nicht in der Spalte, wahr? Ne, ich bin irgendwo anders lang gelaufen und dann noch ganz viele Ecken und dann waren da ganz viele Zweigungen. Dann bin ich irgendwo einmal runtergefallen und dann war ich da. Wir waren ja in der Spalte. Oh, verpiss dich, du Skelett. Verpiss dich in den Polar. Okay, noch mehr Obsidian freigelegt. Und Eisen. Und ganz, ganz viel Kohle. Oh, da. Okay, ich mach die Lava zu, wo wir reingefallen sind. So, wo geht's denn hier raus? Da nicht. Tschüss. Bist du raus? Was? Björn? Björn. Warum? Nur so. Nur ne Frage. Ich hab, glaub ich, grad'n Zombiespawner gefunden. Oh, schön. Und ist der tief? Nein. Könnten wir daraus auch ne Monsterfalle machen? Also doch, ey, schon tief. Oh. Wie meinst du das jetzt tief? Ja, von, von der Oberfläche. Einfach nach der Oberfläche. Alex, könntest du mir mal vielleicht helfen? Komm, ich muss hier gegen zwei Zorniskämpfen mit dem Knochen. Okay, warte. Ich bleibe mich. Fuck, du Hände. Da oben sind grad drei Creeper. Also ich glaub nicht, dass ich hier gerade so schnell rauskomme. Genau da bin ich. Ich lock sie an. Nein, warte, lock sie, ich. Mach sie runter, ich bin gleich da. Ach, da bist du. Warte, ich hab mein Eisenschwert bei. Sie kommen gar nicht zu mir. Komm her, ich hab mein Eisenschwert bei. Ja, schön. Bam. Der ist das Tod. Bats. Batsch. Die Hände. Komm her, den zwar. Hier, geh mir mal mein Eis. Äh, dein Eisenschwert, Entschuldigung. Dankeschön. Musst es schon nehmen. Hier. Batsch. Alter, halt verschrocken. Bist du schon draußen, Bruno? Batsch. Komm her, die und hier unten. Das gehe ich nicht, Bruno. Ich bin nicht mehr auf Lauerhöhe. Alter, das ist hier für Kohle. Nee, ist doch kein Zombie-Spawner. Schade, hab mich verguckt. Vergelupscht. Ah, Spinne. Bist dich, so viel, Alter. Oh, der hat eine Eisenkappe fallen lassen. Eine Eisenkappe? Ja, Eisenhelm. Ich denke, das geht nicht mehr. Doch, das geht auch. Bloß, äh... Sehr selten. In der neuen, ja, das sowieso. Und in der neuen Version, da tragen die die. Am Körper. Alex, sie ist Eisen. Ja, ich hab grad hier Kohle und Redstone. Und Eisen. Ja, auch. Oh, Schock, Alter. Nein, ich will nicht. Oh. Alter Schwede, komm doch einfach mal her. Ja. Ist keine Lust zu leben, oder was? Jetzt hab ich keine Lust mehr. Minecraft? Ja, auf Höhle. Was machst du jetzt? Nimmst du das 10 Tier und zum uns alles eins? Nein, keine Idee. Nee, jetzt wollten wir uns vielleicht irgendwann anders mal aufheben. Oh, hallo. Kommst du jetzt mal bald mal hoch? Ich muss ja den Ausgang finden. Ich brauch mal sowas wie einen Fahrstuhl. Warum? Auch wenn das aufwendig wäre, aber es wäre geil. Zähle nicht aufwendig. Ich muss einfach nur ein Loch krammen und dann Wasser da durchschuppen. Nein, einen schnellen Fahrstuhl. Ey, ich hab deine Sachen gefunden, Björn. Warum hab ich dein Schwert? Ja, pass mal sie auf. Ja, mach ich grad. Ich versuch's zum Zorn. Ich hab ein, 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 ein Zombie hat hier sein, hat ein Ding in zwei Engelassen, ein Eisenschwert. Ja? Ja. Cool. Geil, jetzt hab ich ein Pfeil. Boah, Style, ich bist du jetzt cool. Ja, ich weiß. Ich komme, Alex. Ja, ich baue gerade, äh, ich versuche gerade hier die, die in ein Lover. Wasserfluss zu stoppen. Wo bist du denn? Oh, ich hab meine Sachen, ich denke, du hast meine Sachen eingesammelt. Ja, die von deinem davorigen Tod. Äh? Du bist doch mehrmals gestorben. Weißt du nicht mehr. Oh, hier geht's, glaub ich, hoch. Oh, hier geht's, glaub ich, hoch. Okay. Noch mehr Wasser beseitigt. Fast alles Wasser ist unten jetzt beseitigt. Hallo? Ey, jetzt... Es ist Redstone. What the fuck. Eis. Bist du noch weiter da hinten drin? In der Höhle? Komm mal zu mir in die Schlucht, das voll geil fiel. Vor allen Dingen, dass keine Lava mehr. Ich kann nix mehr abbauen. Ich hab keine Eisenspitzhacke. Äh, was macht man gegen den Slime? Na, einfach. Töti. Ja, töti einfach. Irgendwas was in der Hand hat, ist egal. Ein schlagreich meistens, ne? Weil wir sind klein zu einem Jahr. Bei so einem großen nicht wirklich. Scheiß, ich komme nicht mehr raus. Alex! Mann, ich soll dir nie folgen, ne? Ja, ich komme auch. Wo bist du? Kleine Bedingungsbrücke, ich bin immer bei Björn und Alex. Bist du nach unten gelaufen? Nein, ich bin hier unten bei der Lava. Was ist das für ein Raum? Alter, ich bin hier. Oh, what the fuck. Oh, ne, bitte jetzt nicht sterben. Jetzt hab ich gerade gar keine Lust auf. Otefax, gelettet, 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 gelettet. Oh, wirklich. Otefax, gelettet, Alter, wo bist du? Im Gesang bei der Lava. Alter, vorteile Leckmann, ich weiß nicht, wo die Lava ist. Hier unten diese Lava. Ah, okay. Hätt sich hier nicht mehr ein paar Fackeln hinsetzen können. Prozent jetzt war das Thema kurz nur die erste ausleuchten ich nicht glaube ich konnte zum Wies aber auch mehr im Marktloch aus der Dunkelheit auch Prozent und ab hier bitte wenn man da unten noch kurz oder auch nicht um die Krüter wir haben fast ganz oben ja und ich schon nicht kommen noch mal die Schluchtmann da ist doch keiner er und kommen her er ist immer ein Rohstoff ja der Fall und auch ganz viele und kommt man nicht ran jetzt bloß erb in die Schlucht und ich bin draußen ja endlich wo hoffentlich kommt es noch da oben schon schnell war was gut so wenn es jetzt hier noch Rohstoffe Alex aber er muss sich ein bisschen umgucken da ist er schon mal hin und da vorne ist noch Kur ich kann es aber nicht abbauen ich habe noch eine Acker eine Hacke kommen da wo er 35 und da man bis jetzt hier drüben ist zum Beispiel Prozent wird es tun sagt mir doch das hinter dem Skelett steht ja wohl sehr süchtig wissen da soll ich dich wünschen würdest du eigentlich nicht oben bleiben Björn ich konnte ihn nach langer Überlegung überzeugen ich habe einen Geheimgang gefunden und zu deiner Höhle noch ein halbes Leben wo bist du es hast du Essen bei ja ein Cookie gib mir mal den nicht ein 13 Cookies ja dann komm mal her komm mal her ja ja alter abgabt der Jungen so gut das voll krass er springt so zwei Blöcke tief und kratzt erst mal ab ich bin noch ein halbes Leben bis jetzt wieder runter ja Spaß ja ja ich habe jetzt keine Lust mehr hast recht darf ich deine Sachen einsammeln ja das ist noch ein bisschen was abbauen dann kommst du hoch wir haben nämlich halt nämlich genug Sachen oder alles wie komisch hoch dann guck mal in die Truhe Leute ich hab nur drei Obsidian ich hab kein viertes Abgebot du hast das Obsidian das ist ja immer ein Spitzhacker okay erst mal Diamanten ablegen Prozent so 13 Stück 4 1 die Frage ist jetzt wie komme ich zurück wo sind unsere alten Diamanten die sind damit drin ach so das ist jetzt eigentlich die ganze Zeit auf ja ja und das war kratzabt die Spinnen okay jetzt habe ich in das Mädels zu erzählen Alex Blatt mit uns inzwischen sorry nö dann eben nicht Richtig kommt dann bald nach oben wieder Alex ja ich bin gerade dabei Bruder soll ich schnell schnell ob sie den abbauen darf ich es schnell machen bitte ich schreibe einfach ganz schnell runter wenn du stirbst wenn ich sage es alles Alex ein aber nichts anderes kommt ab ja Alex muss mir jetzt Begleitschutz geben wenn ich sterbe jetzt was